Hallo Leute, Trimax hier. Ihr habt euch die Deagle Challenge gewünscht, also dass wir nur den Deagle spielen, Jagdgewehr, Armbrust und so weiter und damit müssen wir im Duo gegen Squad erster werden. Das war die Challenge. Was dann daraus entstanden ist, ist einfach unglaublich. Es hat jetzt aufgedeckt, dass Affostel wahrscheinlich der beste Desert Eagle Spieler der Welt ist. Schreibt eure Meinung dazu unbedingt in die Kommentare. Wir waren ein bisschen sprachlos im Stream, was da abging. Viel Spaß. So, hier hast du deinen Deagle. Ja, ich höre es. Haben wir nicht. Ja, ich war es. Oh mein Gott, nice. Unter, 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 unter mir. Kraft. Unter, äh, Abbrust. Kopfkraft, alles tot. Alter, Junge, wir haben es geschafft. Das war eine wirklich nice Impuls-Play. Ich habe eine Taschenfestung Impuls-Granaten-Play gemacht. Geil. Geil, geil, geil. Jetzt machen wir schon so eine schwere Challenge und dann zerstört uns die Zone. What the fuck, was ist los bei denen? Ja. Ja. Was, was, wie spielen die denn? Was, war das, was, was, hä? I don't think I'd ever come to a point in my life where I regret dropping a crossbow. 8 HP. That's a new one. 8 HP, man! Immer 8 HP. 8 HP? I've seen it before, but I thought it was worse. Ne, ne, es war Schiff Drubels. Nice. Nice. Thing is, I have a little bit of an extra hero. Two bullets. Seven bullets. Okay, 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 okay. One bullet. Fünf Schüsse, okay, ich bin gespannt. Ich habe einen Plan. Ja, dann zeig mal. Hat der Schüsse? Oh mein Gott, nice. Alter. Alter, Junge. Alter, was? Nein! Glückwunsch. Du bist der beste Deagl-Spieler der Welt. Das ist doch mal ein wahrer John Wick. Das ist der einzig wahre John Wick. Alles andere sind Fake John Wicks. Fuck it, I'm a real man. Let's go. Deagl only. Was? Alter, no. Du darfst Sniper benutzen. In dieser Challenge. Das sind die Bunnies, die mich auch gekillt haben. Die Vollidioten. Das sind richtige Tryhards. Alter. Genial. Alter, Junge. Das ist so krank, Junge. Das ist so krank. Das ist so krank. Also jetzt mal... No, no joke. Es kann wirklich sein, dass du der beste Deagl-Spieler der Welt bist. Also hier... Klar, ich übertreib gerne. Aber Leute. Was ist das denn? Ich kack ab. Ja, ich kack auch ab. Das ist nur noch... Ne. Nicht, ey. Das ist so krank. Also, what the fuck? Ne. Also, ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht... Ich... Ähm... Ich bin sprachlos. Also Leute. Ich werde das Ganze... Auf YouTube laden. Und dann müsst ihr sagen... Ob ihr euch vorstellen könnt, dass Affoste wirklich der beste Deagl-Spieler der Welt ist. Also, das ist ja... Das ist ja 100% irgendwie. Was sagst du dazu, Affoste? Ich weiß nicht, der Deagl ist irgendwie okay. Es ist eine lustige Webung, zu benutzen. Ich denke, es ist eine lustige Webung, aber es ist eine lustige Webung, zu benutzen.